Hi Leute, herzlich willkommen mit den Dudes hier am Start bei Rainbow Six, mit dem Dalu-Kart-Quanz, Kuntrand und Sachsen als Player. Yo! Real Gangster-Style heute von live. Ach, das gefrorene Schiff. Das gefrorene Schiff. Das finkende Schiff. Yeah, yeah, yeah. Durch den Monsoon. So die Welt. Man hat jetzt leider keine schüsselige Ansage gemacht. Keine Schüssel, kein Cash in Dalu Cash oder was? Schlechte Sash. Lass das mit den schüsseligen Ansagen, weil ich verliere mal. Manus kennt den Boy übrigens nicht. Er wusste nicht, dass er sein Gucci-Bandana verloren hat. Nicht verloren? Ja, doch. Es wurde ihm geklaut, aber dadurch hat er es ja auch verloren. Aber es war doch Gucci-Bandana. Boy wurde bestohlen. Boy! Ist schon länger her, aber da gibt er einen Scheiß drauf. Ja. Das ist ja Dalu sein Homie jetzt. Die hängen ja immer ab am Wochenende. Kennt ihr das eine Interview, wo der Boy den Kindern empfiehlt, Drogen zu nehmen? Also wenn du so einen hohen IQ hast, musst du nur eine Stunde mit denen quatschen, dass der Monat abgesungen wird. Ey, nix gegen den Boy. Mach den mal nicht schlecht hier, Alter. Ah, das ist... Der steht für Österreich. Er hat das ein Money und ein Swag. Was, der steht für Österreich? Der ist ein Österreicher, Alter. Okay, wir boys scheiße. So, Manus macht sich nicht viele Freunde. Dann kommen die Hater. Die Hater. Die vier Hater. Die Hater. Die Hater. Die Hater. Die vier Hater der Apokalypse, ey. Die Hater. Die Hater. Die Hater. Werde aber dick verflägt. Leider von euch die Serie Misfits gesehen? Ne. Das musst du dir machen. Also die müsst ihr euch mal geben. Die ist gut. Lach nicht zu Marmanus, bitte. Ist das irgendwie mit so Superheldenkindern oder so? Ne, nicht unbedingt. Es gibt so ein Unwetter und... Was ist denn jetzt damit zu machen? Ja, warte, bis ich raus bin. In der Serie gibt es halt ein Unwetter und alle, die von dem Unwetter getroffen wurden, haben irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Ob die jetzt gut oder negativ sind, ist dann jetzt erstmal dahingestellt. Wenn doch. Aber ist echt witzig. Kann ich nur empfehlen. Ist auch schon komplett abgeschlossen. Glaub ich eine britische Serie kann das? Ja. Geil. Sind drei Leute draußen? Serious? Du musst im Raum bleiben, Manus. Ja, ich weiß. Hab ich dir gesagt. Ja, ich weiß. Da kommen sie Leute. Wo? Hab sie markiert. Wo rennt ihr denn alle rum? Bin ich der Einzige? Ja, die schweißen doch schon, oder? Ja, ich müsste nur im Raum sein. Eieieieiei. Kunram, bei dir sind sie gleich. Oben, oder? Hier, ich hab einen markiert. Ja. Alter. Schlepp hier aus, ey. Was ist denn noch los? Was ist denn noch los? Und wo kommen die denn genau? Da, wo du raus bist. Da. Ach, du hast die andere zugemacht. Nein, die sind beide zu. Ja, aber das hier ist ja nicht der Raum mit der Bombe. Das ist ja nur so eine Random Tür. Ja, aber ich hab noch eine über, deswegen. Da hinten sind sie gerade auf. Ja, das Problem ist, wir müssen durch die eine Tür eigentlich, sonst können wir die gar nicht flankieren. Kunram, du musst, kannst du dir irgendwie versuchen einen Einzug reißen? Ach, ich hab keine Shotgun. Nein. Tür ist auf. Kunram, hinten bei dir ist einer. Ja, das ist leider zu gut. Nee, ich hab aufgemacht schon. Okay, jetzt. Tür ist auf. Häng links, ne? Ist das ein Asiate? Häng links? Häng links? Häng links? Häng links? Häng links? Wer ist häng links? Die schießen auf mich leider. Ja, zur Hölle ist häng links. Das steht auf jeden Fall schon mal down. Transpuzi...ja. Nee, da hinten ist einer. Ich weiß, dass da einer ist. Ganz kurz wieder. Da ist er, da ist er, da ist er. Ist er tot? Nee. Nein, 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 nein. Da steht er wieder auf. Jetzt ist er tot. Ich hab zwei. Ja, und ich hab dich. Ich hatte den auch gehabt. Dann bist du reingerannt. Oh, das war keine Chance. Da hat er ja Vorteile. Der hat auch noch da. Alle da. Was ist er? Oh, shit, ey. Puh. Hast du ein bisschen offensiv gezeigt, Trans. Ja. Ich dachte, hinter mir wär auch noch einer. Da muss man doch sagen, wenn du reingehst, wenn wir beide dieselbe Tür decken. Ja, ich hab nicht aufgepasst, dass du da hinter mir stehst. Das war dämlich. So, jetzt aber. Jetzt reißen wir das Ding. Jetzt reißen wir das Ding. Tomatenschreck. Ecke. Weiter. Die Narbe. Gürnenschreck, Tomatenschreck, Gurkenschreck. Mhm. Aber ich kann dir die Geschichte dieses Clans erzählen. Wir hatten eines Abends Bock gehabt. Aber die Caps Lock-Taste hat geklemmt. Ende. Ich dachte auch erst, dass die... Ich dachte eher, dass die euch kennen. Hm. Also dich und Sachse. Bei den Gürtenschreck. Ja, ich dachte, das sind auch so... Randy hat ja die Gateclubs, wird er ja mal der Gürtenschreck genannt. Ach ne. Randy lässt ganze Gürten verschwinden. Die könnten oben sein. Könnten oben am Cockpit sein. Das ist geil, das ist geil. Gürtenschreck. Nicht? Gut, dann sind sie eh nicht. Oh. Ja. Hallo. Den hab ich schon. Wuuu. Und sein Motto in dem Club ist immer ganz oder gar nicht. His fist is weird. Aber man. Ach du, er schießt uns gleich. Mit euch. Ja, ich bin lieber ruhig hier. Das ist so ne Holzwand. Also so ne richtig mickrige Holzwand. Da wo wir auch waren. Hier hinter der Tür. Also dann ist der große Raum und dann... Also doch mal oben. Mein Arsch. Magazin wird geladen. Eine Tarte unter uns ne. Ich wollte nur von oben da hin. Ja, aber ja. Alle Arschen nach oben. Habt ihr die Spreng wieder runter? Ihr seid so süß. Und, seht ihr was? Ne. Nope. Hast du grad geschossen? Ja. Schild. Hat einer ne Flash? Ne. Nein. Einen hab ich. War das? Das wohl ich. Hab die Bärenförderweg gemacht. Und dann mal links neben den roten. Nicht dass da einer auftaucht. Da ist ein Schild. Ja. Bei dem Schild. Auf Manus. Hier ist ganz gefährlich. Ah ok. Ja. Merk das schon. Mach hier einfach mal auf gerade. Hinter dem Schild ist ne Falle. Vorsicht. Mach mal bitte links auf Manus die Tür. Die Holz. Gejamment. Schild. Wo? Holger. Mach hier die Tür auf. Hier. Geht. Dann z� & ruf. Geht nicht. gemaakt. Geht nicht, dann ist da was auch gejamped Later den Dings ist ne. Das Hier ist er noch. Habe ich schon kaputt gemacht. Bin! Er kann mich nicht zünden. Versuchen wir andere sie schon? booty schon? Geht auch nicht. Wieso geht das nicht? Ehhh gejampt. Geh weiter. So, versuchen wir den Rand hier ganz aus. Geht, geht. Vorsicht, Grins. Ich hab noch einen. Ja, dann kann der Rauch sich mal verziehen. Ich geh vor. Wartet noch, Leute. Da hinten hast du das Bein gesehen. Ja, ja, warte, warte, warte. Wo? Rechts um die Ecke. Pah. Ja, klappt schön. Oh, drei Headshots mit dem Revolver wieder gemacht. War eine schöne Runde. Ey, wie ich mich wieder geoffert habe, ne? Ja, aber das ist ja gut gewesen. Er hat danach nachgeladen, wir konnten ihn pushen. Die Runde ist ja da schön start. Oh, ey, zu geil, ne? Du bist jetzt schön hohl. Hast du gut gemacht. Alles gut. Auch wieder, wie du dich hingeschmissen hast, ne? Und dann noch abgelenkt. Ja, aber du musst das aber vorher in deinem Laufwinkel auch so einplanen. Ja, ja, auch diesen sterbenden Schwan noch. Die wussten ja noch nicht, ob du tot bist oder nicht. Ja, also das ist, dieses, dieses, ja, das ist. Und dann noch beim Fallen versuchen, wem die Waffe aus der Hand zu schlagen. Das war richtig gut. Ja. Und mit dem, vor allen Dingen auch, dass der Puller nach oben zeigt. Das ist ja auch wichtig, ne? Richtig, Sachse? In deinem Album, auf jeden Fall. Ja. MC Gurkenschreck. Komm, komm mal, komm mal, wir mal drüber reden, komm mal mit dem Klipsel. Ja, Tino freut sich einfach nur so sehr. Mein Name ist MC Gurkenschreck. Mit einem Habs ist die Gurke weg. Einmal drauf. Einmal Habs ist die Mund. Immer diese Schwulen-Hetze. Das ist doch kein, sag mal, wie bist du so, was? Hä? Ich hab wirklich, ich dachte wegen dem Landwirtschaftssymulat. Ja, ja. Die Gurkenanbauung ist das Neue. Ja, ja. Kann man jetzt mal hier die Westen legen? Die legen Render doch schon. Wo denn? Ey, hier, äh, Kultra, ich muss rein. Nein, schmerzt du nicht, ich muss ja erst noch eine Weste aus dem Katerkumpen holen. Ach stimmt. Ey, wir haben Sport aber gegengelegt. Und dann bitte, es muss noch einer bei der Hostage bleiben. Einer reicht leider nicht. Ich gehe da auch hin. Ja, los, Grants, komm, hopp, hopp, rein. Wie war denn jetzt? Hey, hey, hey. Ich hab noch eine Wand. Jetzt nochmal, danke. Die mache ich zu hier, die Große. Renni, wir sind hier, wir zwei, süßen. Aber ein bisschen ist mit der Gangeverwechslung, ja? Man ist das, ja. Mann, es ist schmack. Mann, es ist schmack. Also, ich bin Premium. Die schießen bei uns das Fenster auf. Was bei euch drin? Also die schießen auf das Kesselfenster, ist offen. Ist das Kesselfenster schon offen? Ja, Grants Vorsicht, man kann nicht da sehen. Okay, dann reise ich die Kesselwand hier ab. Ah kacke, ich weine den Kameras, geil. Wow. Vorsicht und dann gleich rechts weg, ne? Oder links hier nach dem. Oh mein Gott, das ist ja verstärkt. Sind jetzt beide im Raum totschön, Manus? Ja, also beide im Raum sind tot von uns. Das heißt, die können die Geisel aufheben? Nein. Nein, wir gucken ja drauf. Kameras im Flur? Über dir, Dalu, quasi die Treppe hoch hier. Ich weiß nur nicht, ob links neben mir einer ist. Wahrscheinlich wo ich bin. Kommt die Drohne her! Kacke ist nicht zu sehen, die Drohne. Äh, bei mir ist was aufgegangen. Ja, ja, die sind jetzt auch hier. Lol. Fuck. Ah ja, gechillt bleiben. Ne, nix gechillt bleiben. Gut, ich kann dich nicht gerade retten, warte kurz. Da kommt noch, ey, drei Nades! Ey, chill, 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 ich muss da hoch. Dieser Pisser, ey. Drei Nades! Du musst was machen da. Alter, es chillt. Gut, dann halt nicht. Schön. Schön. Dankeschön. Komm schon, das sagst du's. Die Geisel außer Acht lassen. Die ist gerade außer Acht. Deswegen bin ich jetzt zurückgegangen. Ne, da los dort. Also. Ist mir noch irgendeine sinnvolle Kamera? Oh Gott. Ne, nicht wirklich. Wieso glaub ich, dass der hier hinter uns ist? Ne, hier ist gerade, von da ist gerade eine Dingsrei geflogen. Ich glaube, der ist unter der Treppe. Das Blinde, das ist ja Wahnsinn. Nee, bewegst du dich? Nein. Nein, das ist er. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Siehst du an der Keycam? Ja, ja. Draußen irgendwo. Oh! 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 Und was von vorne rein wusste, dass ich ihn damit töten werde. Oh! Voll dann. Ok. Oh! Der Echte ist noch krasser, ich glaubst du, der Echte ist noch krasser, ey, der Echte ist noch krasser, ey, der Echte ist noch krasser, ey, der Echte ist noch krasser, wie kann man sich nochmal selber so feiern, ey, hast du den Move nicht gerade gesehen, ey, na ja, aber das war so ein, so ein Glücksding, So, der Sachse hat dich schon gefunden, ey, da sind wir da, wo du gerade auch waren, da hatten wir einen guten Zugriff, Leute, yo, hatten wir, sind wir den Rook, ja, was sind die anderen zwei, hab mir eine schöne Kamera als Eiszapfen getarnt, Ich kann nicht nochmal losfahren mit der, äh, springen, ah, ja, Äh, ja, die Typen sind ja so 2012, einmal wird noch gespielt, äh, oh, schon 2012, Kamera hier über uns, der hat mitbekommen, dass ich einen zu viel kaputt gemacht hab, Ab 1, also, jetzt, ich wollte zünden, scheiße, ich bin mal, weg, 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 da sind wir, ja, 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 alles gut, das geile ist, der Typ wollte seinen C4 zünden, du hast doch dieses Piep gehört, aber das hab ich ja schon kaputt gemacht, ja, ja, Weil du der krasseste bist. Ich bin der krasseste Boy hinter uns. Auf das Loch, da hab ich einen weggenatzt gerade. Hey, der liegt. Ja, sehr gut. Aber auf der Treppe, Mannes. Was? Ich glaube, unter uns auf der Treppe ist auch noch einer. Warte, geh ich gucken. Um die Shotgun. Unter uns noch. Ne, ist keiner. Haben die sich genauso aufgeteilt wie gerade? Zwei wieder in diesen Räumen. Was haben, was geht für Sekunde? Also unter uns ist keiner. Ich kenn die mir aber auch nicht. Hier einen aufmachen. Zaxe, hast du noch was zum Sprengen oder? Ja, ganz links aber noch. Im langen Gang, hier. Arnus, du kannst von hinten jetzt ihn sehen vielleicht. Gramps, der ist hart angeschossen. Wo war das, Zaxe? Der hat einfach... Was denn? Tot wär's, ey. Guck mal, was ich bin das. Mach mal auf hier in die Tür, jetzt der Einer. Dann, äh, Gramps könnte draufschießen ein paar Mal, dann wird die aufgehen. Worauf, auf die Tür? Auf die Tür, ja. Jo, ey. Ja, was, die ist immer noch zu. Ich hab voll Schaden genommen, der Tür. Das geht nicht mehr, das hatten wir beim letzten Mal schon. Doch, doch, okay. Das haben die eben auch gemacht, das dauert nur lange. Mit der Pumpe mache ich gar keinen Schaden an der Tür, oder? Nein. Ist auf. Ja. So. Warte, warte, warte. Draht. Der hat mich einfach da durchgeschossen. Ne, die sind relativ. Schöne. Hab ihn. Da ist immer noch, der hat keinen Draht. Warum leckt denn der Scheiß der so? Wow, der kommt raus, der ist auch schön. Ach, Brans, der Killer. In den Rücken, Alter. Brans. Ich hab ihn wieder abgelenkt hab, ey. Guck dir den an, ey. Guter Schuss. Gut gemacht, Brans. Der kriegt auch nochmal sein Erlebnis. Ja, ja, schönes Ding. So, Leute, wir gucken uns das Scoreboard noch kurz an. Wo denn? Auuu. Solides Mittelfeld. Auch können wir schon wieder nicht hochladen. So, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass das Däumchen da schaut, wenn der andere vorbei ist. Und in der Videobeschreibung. Haut rein. Haut rein. Tschau.